Was ist der Preis für die Storyteller Awards? Der Fokus und der Freie Deutsche Autorenverband. Also wir haben beim Kindle Storyteller Award die unglaubliche Zahl von 1.050 Büchern gehabt und damit auch Autoren und besonders schön 500 Debutanten. Die haben vorhin noch kein Buch veröffentlicht. Von Crime, Thriller über Science Fiction, Romance, Liebesgeschichten, autobiografische Elemente. Es war ein Publikumspreis. Die Leser haben Runde 1 entschieden und Runde 2 unsere Jury nach Kriterien wie Aufbau, Struktur und Logik, aber auch Kreativität und Originalität des Buches. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion über den letztendlichen Sieger und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Also gewonnen hat Paradox von Patterson und was mir besonders gefällt ist, er erzählt gekonnt eine Geschichte, eine Science Fiction Geschichte, die morgen spielen könnte. Nicht im Jahr 2500, sondern morgen. Und das ist schwer zu schreiben so. Und es ist super geschrieben. Und ein tolles Buch, das da den Preis erhält. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total überrascht. Ich bin perplex. Ich bin baff. Eigentlich bin ich Raumfahrtingenieur, aber ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen, um mal ein Buch zu schreiben. Ja, ich finde das ganz toll, dass es diesen Preis jetzt gibt, weil ganz einfach dadurch auch die Arbeit der Self-Publisher, die ja lange so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, auch gewürdigt wird. Denn ich bin immer der Meinung, dass da wirklich sehr viele Perlen drunter sind und dieser Wettbewerb zeigt, dass das auch langsam respektiert wird. Mir hat sehr gut gefallen, dass es ein Buch ist, wo man vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe sein muss, das einen aber trotzdem fesseln kann. Das wird auch beim Publikum ganz gut ankommen. Fokus hat sich entschlossen, bei diesem spannenden Projekt mitzumachen, weil wir einfach unglaublich neugierig waren auf das, was sich unterhalb dieses typischen Buchbetriebsradars an Erzählformen und an Geschichten in Deutschland und im deutschsprachigen Raum finden lässt. Das wollten wir ganz gerne herausfinden und wissen und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass so viele mitgemacht haben bei diesem Wettbewerb. Auch viele, die vielleicht vorher noch gar nicht geschrieben haben, sondern erst jetzt durch den Wettbewerb die Lust und das Bedürfnis überhaupt erst entwickelt haben zu schreiben. Wir freuen uns natürlich, dass wir mit Kindle Direct Publishing eine Plattform haben, die super einfach ist, kann man das Buch hochladen und Millionen Lesern zugänglich zu machen. Und das haben wir hier schön geschafft mit dem Wettbewerb. Und das Feedback, was wir gekriegt haben, sowohl von Lesern als auch von Autoren, ermutigt uns, dass wir auch nächstes Jahr 2016 wieder den Kindle Storyteller Award haben. Also ich habe eigentlich nur einen einzigen Rat an Autoren. Schreib ein Buch. Das ist die größte Hürde. Viele fangen ein Buch an und meinen dann, sie sind nicht gut genug. Und der erste Schritt zum Erfolg ist ein Buch schreiben.